hallo und herzlich willkommen zu unserem diesjährigen just bring it wrestling adventskalender wir haben für euch 24 türen mit 24 wrestling matches die uns in diesem jahr sehr gut gefallen haben dabei sind die matches bis ende oktober mit dabei und das ganze habe ich natürlich alleine vorbereitet sondern ich habe heute wieder drei mitstreiter es sind dabei der daniel der sebastian und der marcel und wir haben für euch jeweils einzelne matches aufgenommen so dass ihr jeden tag was zu hören hat so zwischen fünf bis zehn minütchen habt ihr dann von uns jeden tag auf die uhren im adventskalender und wir hoffen ihr habt viel spaß damit und damit würde ich sagen starten wir in unseren adventskalender hallo zusammen mein name ist captain mighty pants oder auch sebastian wie er mich vom just bring it podcast sonst kennt und ja ich bin hier weil der volker uns darum gebeten hat doch unsere matches des jahres mal festzulegen und das haben wir getan und dürfen nun darüber sprechen nun ich wenn ich meine liste so anschaue dann sind da sehr viele matches von all elite wrestling drin es sind matches von wxw da drin und es ist tatsächlich auch ein match dabei von wing of honor das ist nicht spoiler match das ist das kommt später dann eben adventskalender ja ich starte mit einem match das vielleicht nicht mehr viele auf dem schirm haben aber vielleicht als das heißt vielleicht für mich war es auf jeden fall eines der besten frauen matches in diesem jahr passiert bei w revolution 2021 ist auch tatsächlich wenn ich mir das mal so angekommen auf der kart das bestbewerteste match bei kate match es geht nämlich um das w women's world title match zwischen der damaligen championess hikaru shida und der herausforderin die ich zu dem zeitpunkt überhaupt nicht kannte rio mitsunami und das match gegen ungefähr 15 minuten und ich muss wirklich sagen dass besonders rio mitsunami die damals ein turnier gewonnen hat und um diesen um diesen shot einlösen zu dürfen mich hier extremst überzeugt hat leider ist sie danach sehr sehr selten bei ew aufgetreten dann in der regel bei 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 dark elevation ja das ist wirklich sehr schade weil sie gezeigt hat was sie drauf hat was sie kann was sie auch im zusammenspiel mit mit schilder kann die damals einen sehr sehr guten ran hatte wie ich fand der leider ziemlich ja in vergessenheit geraten so ein bisschen das gefühl ist jetzt mit bürger die das natürlich auch sehr sehr gut macht das in gottes willen aber ich finde schon dass schieder gerade in der pandemie einen sehr starken lauf hatte als champion und mit diesem match eben bewiesen hat dass sie auch auch wirklich richtig richtig gut wesseln kann ja das ist ich will schon ihr werdet das will etwas merken ich will bei diesen matches nicht unbedingt auf die einzelnen aktionen eingehen wenn da irgendwas wirklich herausragendes dabei würde ich das erwähnen aber es geht mir einfach nur um um mit qualität es geht mir darum was matches ausgelöst haben bei mir und ich erinnere mich noch an dieses gefühl während des matches zu merken dass das was ganz besonderes ist was ich da sehe das habe ich auch gehabt bei Sina gegen punk zum beispiel bei money the bank 2011 das habe ich gehabt jetzt bei bei kenny omega gegen hangman page das gibt es immer mal wieder dass das einfach matches so klicken und das war in dem fall tatsächlich ja auch so aw womens world title match von revolution 2021 hikaru shida gegen rio mitsunami habt ihr es nicht gesehen dann guckt es auf jeden fall nach zu finden auf jeden fall unter fight.tv und eventuell auch auf dem youtube kanal von aw da bin ich mir nicht sicher ich bedanke mich fürs zuhören wünsche euch noch einen schönen tag morgen nacht abend präabend wie auch immer wann ihr das hier hört bedanke mich und bis zu meinem nächsten match bis dann das war unser heutiges türchen des just bring it adventskalender unser resting adventskalender für euch jeden tag ein match das uns sehr gut gefallen hat von januar bis ende oktober wir hoffen ihr habt spaß daran hinterlasst uns gerne eure kommentare unter dem youtube video bei apple podcast oder auch gerne über twitter und denkt dran liken followen abonnieren auf allen plattformen hilft anderen uns zu sehen hilft uns mehr gesehen zu werden und für euch wünschen wir euch insgesamt jetzt noch eine schöne weihnachts- und adventszeit lasst euch nicht ärgern bleibt gesund und genießt die zeit die langsam so ein bisschen ruhiger wird macht es gut bis demnächst